Geil. Sah nice aus, I guess. Sah interessant aus. Also ich muss auch sagen, ich hab aktuell richtig Bock mal wieder auf so was wie Battlefield. Das ist für mich immer so ein Game, das ist halt was für so zwei, drei Tage. Aber ich hab auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool werden. Sah nice aus, I guess. Einfach frech, der Trailer ist Bombe. Ja, Bruder, der Trailer war sick, aber ich bin kein Fan von, oh mein Gott, das wird das beste Spiel des Jahres. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Holy shit, I can't wait. Weißt du, weil das ist dann genau das, was passiert bei Leuten, die sich den ganzen fucking diskriminiert, ja oder so, auf Dingen, wie heißt es? Cyberpunk, genau. Wo alle Leute sich halt so übertrieben auf Cyberpunk gefreut haben, sind halt ultra enttäuscht gewesen. Und ich meinte schon so, Digga, das ist irgendwie ein bisschen sus, dass es so ein Ultra-Hype ist. Das ist nie ein gutes Zeichen eigentlich. Aber Battlefield hat noch nie enttäuscht. Enttäuscht einfach mit E-Dog. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin nicht so im Battlefield-Genre drin. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Bin sehr hyped. Ich fänd's halt cool. Für mich ist halt so, Battlefield und COD waren das nie so Games, die so long time für mich ultra Spaß gemacht haben. Wär cool, wenn da irgendwas dabei wär. Aber ich freu mich auf jeden Fall darauf. Entschuldigung, hab ich übertrieben Bock auf Shooter. Sehr, sehr geil. Bis dann, bis dann. »imizuщо«-€",